Spielemodus am Beispiel des Samsung QLED TV Q60T Du bist ein leidenschaftlicher Gamer? Du hast eine Konsole an den Samsung QLED angeschlossen und möchtest nach Möglichkeit ein noch flüssigeres Bild mit geringerer Eingabeverzögerung beim Spielen als bei den Standardeinstellungen? In diesem Video zeigen wir Dir, wie Du den Spielemodus aktivierst. Die Einstellung kann nur aktiviert werden, wenn eine Spielekonsole über HDMI angeschlossen ist und Du Dich auf der entsprechenden Quelle befindest. Drücke die Home-Taste auf der Fernbedienung und navigiere zu Einstellungen. Unter Allgemein findest Du den Menüpunkt Externe Geräteverwaltung. Wähle ihn aus. Wähle dann Einstellungen des Spielemodus. Stelle den Spielemodus auf Ein oder Auto. Über die MotionPlus-Einstellungen für Spiel kannst Du weitere Optionen auswählen. Aktiviere MotionPlus für Spiel, um unter anderem die Bildschirmschärfe anzupassen. So können schnelle Bewegungen besser dargestellt werden. Die Judder-Minderung kann zusätzlich ruckelnde Bilder des Spielbildschirms reduzieren. Aktiviere zusätzlich LED Clear Motion, damit die Hintergrundbeleuchtung sich den schnellen Bewegungen anpasst und diese schärfer erscheinen lässt. Mit dem Spielemodus des Smart TV bist Du vielleicht schon auf dem besten Weg, neue Highscores zu erreichen. Schau Dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum Thema TV-Audio-Video an.